In wenigen Sekunden treffe ich mich mit einem der Megastars des deutschen YouTubes. Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt und wir werden das machen, was Megastars so machen. Wir kochen zusammen Chicken Wings und zwar die erwachsenen Chicken Wings mit Knochen. Mit Knochen. So sieht's aus. Schönen guten Tag. Servus, alles klar. Wir gehen jetzt die Zutaten kaufen. Wir gehen jetzt die Zutaten kaufen für die ultimativen Chicken Wings. Ich will mal sagen, wir sind ziemlich hunrig. Ja. Ein Kilo Hähnchenflüge bitte, um das Ganze zu versüßen. Ah, hier seh ich doch schon. Wir nehmen einfach hier den türkischen Honig hier. Nehmen wir mal mit, probieren das Ganze einfach mal aus. Ich folge dir. Alles klar. In die Küche. In die Küche. Cool. So mein Besser. Hier findet der Zauber statt. Es verblüfft nicht, dass du Chicken Wings isst und wir hier nicht Kaviar essen und uns mit Champagner besprühen. Wieso? Ich weiß nicht, weil Megastars machen sowas. Oder sind YouTube Megastars anders als Fernseh Megastars? Ich mach halt so, ich mach halt mein Ding halt und verfilm das. Also verfilm es halt quasi. Na ja, also ich muss sagen, als ich nach Deutschland kam, hat sich meine Familie wirklich sehr gefreut. Ey Bruder, was geht ab? Komm her, lass dich mal machen. Mein Bruder war sogar ganz besonders happy. Und seine Umarmung kam wirklich vom ganzen Herz. Ach, er ist wirklich ein guter Junge. Michi, ich suche mal ein Portemonnaie. Hast du das vielleicht gesehen? Da war genau so viel Geld drin, dass man sich eine leckere Salami Pizza bestellen könnte. Ne Mann, tut mir leid ey. Hab ich nicht gesehen. Du bist wahrscheinlich wie viele deiner YouTube Kollegen auch eher kritisch dem Fernsehen gegenüber eingestellt. Früher hätte ich gesagt, ich will niemals ins Fernsehen. Einfach aus dem Grund, weil im Fernsehen, das ist immer alles so, da musst du dich verstellen. Aber ich nehme es auch dem Fernsehen nicht übel, weil du willst auch die Masse erreichen. Ja. Bei mir ist so halt, da schalten ein paar Leute ein, die das sehen wollen. Und die das nicht sehen wollen, die schalten nicht ein. Das heißt, du kannst gar nicht hundertprozentig echt sein. Das funktioniert dann meistens gar nicht. Und ich finde es halt nur cool, dass man halt im Internet genau das machen kann, was man möchte. Glaubst du, das ist die Zukunft der Entertainer? Wenn ich das jetzt mal unter diesem Begriff zusammenfassen kann, dass sie sich auszeichnen dafür, dass sie echt sind? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wird die sein, dass quasi das Internet einfach nur so irgendwann triumphiert. Das heißt, dass gar keiner im Fernsehen guckt und wirklich alles nur im Internet stattfindet und alles sich vermischt. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist der Urknall. Jetzt kann ja quasi jeder Hans und Franz bekannt werden. Das ist ja unaufhaltsam sozusagen. Das heißt, wenn du cool ankommst, dann wirst du bekannt. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwann wieder gebremst wird, weil quasi die Filmindustrie oder allgemein das Fernsehen, die finden das ja nicht gut. Ja. Quasi früher wurde ja bestimmt, was du siehst. Und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Kann sein, dass es irgendwann so ausartet und das halt dann irgendwann wieder eingeschränkt wird. Glaubst du, dass sich der Internetmarkt vielleicht auch sogar selbst frisst, wenn jeder bekannt werden kann? Ja, das gibt ja dann so, vielleicht gibt es irgendwann so 5000 Alberts im Internet, die davon erzählen, wie es ist zu sein und zu leben und aus einer schwierigen aber sehr wichtigen Kindheit ein YouTube-Star zu werden. Was ist, wenn es davon zu viele einfach gibt? Weil das Fernsehen reglementiert das ja ganz streng. Keine Ahnung, es gibt halt 10.000 Leute, aber es gibt halt wenig Leute, die dann wirklich auch herausragen sozusagen von denen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das jetzt halt so bleibt, dass wirklich jeder nach oben kommen kann und dann halt die Besten kommen halt nach ganz oben. Ja. Oder ob das halt wieder gebremst ist. Deswegen ist es so eine Geschichte. Ist ganz oben das Internet verlassen und ins Fernsehen gekommen? Ja, das Problem ist, ich habe es ja bei den amerikanischen YouTubern zum Beispiel geobachtet, das hat sich alles wirklich verändert. Ja. Es war so 2011, die haben Videos gemacht, hier zack und jetzt hat der eine seine eigene Show und hier und bla und blub. Deswegen ist es immer so eine Geschichte, du hast echt keine Ahnung, wo das Ganze hingeht, weißt du? Du hast gebeatboxt zusammen mit Pharrell, mit Timberland vor Publikum. Ist es sowas, was dir auch hilft im Internet, dass du einfach so keine Furcht hast, keine Furcht kennst? Nee, ich habe extrem Lampenfieber und so. Wirklich? Ja, also richtig. Ich mag es auch nicht in der Öffentlichkeit, wenn Leute kommen und so, das kommt noch aus der Kindheit. Aber ich kann es halt gut verstecken und natürlich hat es auch geholfen, so das Selbstbewusstsein hoch zu holen, aber es gibt einfach, damit habe ich auch noch mehr Respekt davor. Was machst du gegen das Lampenfieber? Also ich glaube, wenn du die Kamera anmachst für YouTube, bist du Lampenfieber frei. Ja, das ist alles entspannt eigentlich. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt den Beatbox-Auftritt hatte, ich war halt immer extrem nervös vorher. Aber in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe und das Mikrofon in der Hand hatte, dann nicht mehr. Beatbox, boy, heat cable, heat cable – beat cable, heat cable cable, heat cable, beat cable cable, heat cable, beat cable cable, heat cable cable. Das Lustige ist, ich wusste damals nicht, wohin die Reise geht. Obst du es mir glaubst du nicht? Das haben sich dann viele Leute gefragt. Warum machst du das eigentlich, weißt du? Aber das Ding ist, am Anfang ging es wirklich nur um Ruhm und Ehre. Ich habe nicht einmal irgendwie daran gedacht, an Kohle oder so. Es ging gar nicht darum. Es geht einfach nur um Ehre und Anerkennung halt. Das war damals halt auch schon. Ich war sehr ehrgeizig, egal was ich gemacht habe. Sei es jetzt irgendwie in der Schule, sei es jetzt irgendwie in meinen Sport. Ich wollte immer gleich einer der Besten der Welt sein. Wenn ich gemerkt habe, das kann nicht der Fall sein, weißt du, dann habe ich was anderes probiert. Und ich habe gedacht, okay, ich schaffe das und ich will einfach nur, dass jeder das kennt. Und dann war halt mein Ziel irgendwann, dass ich einmal einen Werbesport mitlaufen habe. Ich bin Alberto, 24, und bin Beatboxer. Schöner Tag, schmecks, Pommes, rot-weiß, und das kann ich auch. Am 27. September ist Bundestagswahl. Ich gehe hin. Und halt einmal mit einem Star auf der Bühne stehen. Die beiden Sachen habe ich dann so erreicht und ab dann war es einfach nur noch Spaß, weißt du. Glaubst du, dass deine Hautfarbe dich zu einem Exoten macht bei YouTube im deutschsprachigen Raum? Natürlich auf eine Art schon, auf andere auch wieder nicht, weil ich bin ziemlich deutsch aufgewachsen. Ich habe mich gefragt sozusagen, wie viele Anfeindungen du dich stellen musst. Oh, an Anfang war es schon hart. Also im Internet, da wird ja jeder fertig gemacht, da kann ja jeder schreiben. Natürlich, da steht da ein Schwarzer so, da ist die N-Bombe schon echt gut aufgefallen. In letzter Zeit aber eigentlich irgendwie lustigerweise dann nicht so. Wenn du damit nicht klarkommst, dann musst du halt auch was anderes machen. Aber eigentlich fällt mir jetzt gerade auf, während ich mit dir spreche, dass die Regeln, berühmt zu werden bei YouTube oder über YouTube, die gleichen sind wie überall. Du musst ehrgeizig sein. Mittlerweile schon. Du musst einfach ehrgeizig sein. Was ich einfach nur persönlich schade finde, dass bei YouTube ein bisschen so, dass früher dieses Feeling kaputt gegangen ist. Also man weiß jetzt, dass man dann halt Geld machen kann, da sind jetzt richtige Produktionsfirmen hinter und so. Und das bringt das Ganze dann irgendwann jetzt auch wieder auf dem Fernsehlevel, dass irgendwann auch so wieder sein wird, dass quasi jemand anders bestimmt, wen man sieht und nicht so wie damals, als ich jetzt angefangen habe, weißt du, dass jeder das quasi so machen konnte. So weißt du, ah, das ist so ein Typ, der macht da Videos im Internet. Und dann war es im Internet echt jetzt so, das wird nochmal eine richtig interessante Wendung nehmen. Das ist jetzt nicht schlecht. Das sage ich jetzt nicht so, weißt du. Aber dann geht es halt auch wieder schon wieder in Richtung Fernsehen. Deswegen sage ich auch, ob irgendwann dieser Urknall kommen wird oder nicht, das weiß man nicht so. Ich bin wahnsinnig hungrig. Ich glaube, sie sind fertig. Ja, auf jeden Fall. Also du bist der Chicken-Wing-Profi. Ja doch, sie sehen ganz gut aus. Ein YouTube-Star in Deutschland muss ungefähr so sein wie einer von diesen Chicken Wings. Extrem knusprig, wahnsinnig lustig. Das ist die bescheuertste Abmoderation, die man sich vorstellen kann. Aber nicht zu scharf. Und gut, wir kommen. Vielen Dank.